Friederike Müller hat ja heute zum Press Day eingeladen. Die Starnbergerin, magst du ein bisschen was dazu erzählen? Ja, ich bin die Starnbergerin und damit haben wir gleich einen wunderbaren Draht zu Handstich. Handstich ist auch geboren im sogenannten Fünf-Seen-Land, nämlich am Pilsensee, im Schloss vom Grafen Thöring. Und wir haben hier ein ganz besonderes Label, was durch eine extreme Produktqualität, super Passform hervorsticht. Und für mich ist Handstich ein Lebensgefühl. Ich darf vielleicht mal zeigen, das ist so meine Lieblingsjacke, die mein Mann tragen muss. Für mich ist es die Verbindung aus Steve McQueen und George Clooney. Und wir haben hier eine wunderschöne Produktqualität, ganz leichte Materialien, die auch jede Herausforderung im Alltag bestehen. Das war jetzt gerade die Herrenkollektion und ich habe jetzt hier eine tolle Damenjacke an. Und da ist die Damenkollektion. Wir haben ganz außergewöhnliche Jacken für Damen, unter anderem auch eine Mantelkollektion. Das ist jetzt die Sommerkollektion, auch wieder besondere Veredelungen. Man sieht das hier, auch die ganze Verarbeitungsqualität ist was ganz Besonderes. Wir haben hier ganz feines Leder. Und wenn man hier reinschaut, sieht man, das sind alles mit schönen Details gemacht. Wir haben dieses Jahr die Farben Hummer, Himbeere und Lachstöne. Und ich finde, es sieht sehr hübsch aus.